Steffel, erzähl mal, was ist, was passiert ist? Wie ist das passiert? Nein, Simon! Nein, bitte erzähl, was passiert ist! Bitte! Du bist in der Nähe gewesen, das ist scheisse passiert, Mann! So ist es passiert! Christoph, bitte erzähl einfach, was passiert ist! Ja, es ist passiert, Mann! Was denn? Ich habe die Kölbe gesehen und meine Zunge spart wegen dem so. Ja, genau so ist es passiert, Mann! Ihre Kölbe hat es! Ja, so geht!